Die Burghammer-Mädler mit ihrem Motto Kurella, Hiho! Wir sind wieder vorne angelangt, also es geht wieder los liebe Gäste. Stadtsoldaten und der Trommelhalber, die kommen schon wieder. Zweite Runde, ich kriege ja gar nicht nur, die dritte Runde. Und ganz besonders freut es uns natürlich, dass wir die Notenscheibe und die Opfizumpf haben. Herzlich willkommen, Hiho! Darf man uns so öppi wünschen, oder? Darf man? Geht das? Jawohl! Ja! 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 Die Nummer 41, der Leibheimer Haufen, Sie sind da mit Ihrer kleinen Garte, mit der großen Garte, der Elferrat und natürlich das Prinzenpaar haben Sie auch dabei. Einmal haben wir die Jasmina, Jasmin die Erste, einmal den Armin den Ersten, einmal die Lea die Erste und einmal den Luca den Ersten. Herzlich Willkommen bei uns in Burgau und wir begrüßen euch mit eurem Schlachtruf. Küssen! 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 Kü Die Bürger und Minderdauer Und die Schleiferei, die Vogelscheuchen Gefolgt vom Bauwagen, Hörblingen, die Panzerknacker Gefolgt vom Bauwagen, Hörblingen, die Panzerknacker Gefolgt vom Bauwagen, Hörblingen, die Panzerknacker Banan, Banan, Banan Die Waschingsfreunde, Opferbanger und Co. Die Minions Gefolgtית Verstenz Es wird ein Gefolgt Waschingsfreunde Musik Ganz herzlich begrüßt mal Die Glottenpiraten e.V. Mit ihrem Motto Piratenschiff Eine wunderbare Maschgerade Ein tolles Schiff Einen riesenhaft Sagenhaft Jo! 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 Stara de Flasht Stara de Flasht Mit ihrem Motto die Vampire Io Io Herzlich Willkommen die Ophonia Sie sind dabei Mit ihrem Warnzug Mit der Garde Die Kleinen sind alle dabei Der Alphenrat und natürlich haben sie es dabei Das Prinzenpaar Einmal die Paula die Erste Und einmal den Sinan den Ersten Und einmal den Florian den Ersten Und die Monika die Zweite Wir begrüßen euch mit eurem Schlachtruf Ophonia 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 Auch mit tava Balm Ophonia Ho Ophonia Was ist das Baut Ophonia 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 Vorwärtsruhe, vorwärtsruhe, oberen Streppen und auch nicht schuld. Kio, Kio ist recht, Kio ist recht. Mach mal so, mach mal so. Anhofer und Co. mit ihrem Motto 2016, die Burg am Eiszeit, Hio! Seid wenigstens hier warm auszogen bei dem Wind jetzt, gell? Ehrknöhringen, wir streiken nicht, das ist noch mal eine Ansage. Herzlich willkommen in der SVU und der Döring in Abteilung Fußball. Hio! 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 Hier! Könnt ihr wackeln? Ja, also! Nix im Zipferle, nix im Sack! Eis und Päckchen, auf der Back! Hier! Geht auf den Wappen! Ihr seid da! Pi! 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 ka! Bitte schön! Prostet den guten Abend! Die Nummer 57. Die Hofberia e.V. mit ihrem Oktoberfest. Herzlich willkommen bei uns im Burgau. Schießt mal noch mal euren Schlachtruf her. Die Nummer 57. Die Nummer 57. Die Nummer 57. Die Nummer 57. Die Faschingsfreunde Feischke und Co. Mit ihrem Motto Eskimos Hiho. So ist schlecht, so ist schlecht. Nochmal so, nochmal so. Ach. 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 Bis zum nächsten Mal. Die Wendengucke mit ihrer Guckmusik. Herzlich willkommen bei uns in Borgau. Schön, dass ihr da seid. Musik Und natürlich sind sie dabei. Begrüßen sie es ganz, ganz herzlich mit ihrem Schlachtruf. Kammeln auf und kammeln an! Musik Die Gnoronia aus Nöringen. Herzlich willkommen mit ihrer Präsidentin Monika. Und Sabi, du meinst, es kommt zum Regner, oder? Musik Herzlich willkommen mit ihrer Präsidentin Monika. Musik Und liebe Gäste, jetzt brauchen wir ihre Unterstützung. Alles klatscht natürlich mit. Musik Die Mädels zeigen uns was jetzt an. Musik Hey, 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 hey. Musik Musik Dankeschön, hi-ho! Und nochmal, kammeln auf und kammeln nach! Musik Hi-ho! So ist schlecht, so ist schlecht! Hi-ho! Musik Nochmal so, nochmal so, nochmal so! Hi-ho! Musik Wenn mein Mutter Kirchner wagt, wenn sie aber keine wagt, dann feiten wir auf die Basenakt! Hi-ho! Musik Nochmal so, nochmal so, hi-ho! Wohl schreckt, Wohl schreckt! Hi-ho! Ganz herzlich begrüßt man die Klinke aus Gundelfingen mit ihrem Schlachtruf. Klinke auf! Klinke! Klinke auf! Klinke auf! Herzlich willkommen in der Klinke-Fuckings-Kauch TV! Spaß aus dem Kammeltal! Klinke auf! Klinke auf! Klinke auf! Servus! 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 Ja, ich muss das hier schon einmachen, ey. Oh, vielleicht machst du da zwei nebenan. Das ist so ne Garten! Aber ja, das ist richtig! Wiederholt das mal, wir haben es nicht schon gehört. Mit einem Freifahrer! Gut! Gut! Dankeschön! Bitteschön! Also Vorkau, bis nächstes Jahr! Wir sehen uns da unten in der Halle, oder? Stimmt! Die Faschungs-Radio-X-Fänge. Treffen sich nah an der Kapuzinerhalle! Wir haben auch einen Auftritt in der Kapuzinerhalle. Also jeder, der uns sehen will, der am extra einstudiert, Mittwoch eine Musikprobe, da les ich was fleißig einstudiert! Hier! Ex-Wahlkraft! Hier! Der Uwe! Ganz herzlich begrüßen wir den Faschungs-Haugen, die Sterakugel! Mit ihrem Motto Kreuzretter! Hier! Und wenn ihr immer noch schön seid! 2 3 2 4 2 3 5 5 6 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mit ihrem Motto Kung Fu Panda begrüßen wir ganz herzlich die Burgaer Jürgens. Börgertur, Börgertur, ohne Strümpfe und ohne Schuhe. Komma es an, komma es an. Kung Fu Panda! Kung Fu Panda! Kung Fu Panda! Börgertur! Ganz herzlich begrüßen wir die Baschingsfreunde aus Steinheim mit ihrem Schlachtruf. E-Gola! E-Gola! Kommt die Prinzessin, oder? Das dauert noch ein bisschen. Habt ihr sie dabei? Ja! Servus! Du singst wieder wie immer, ja? Ja? Los her bei mir! ooo! KURT DER BOLGERTUCH! 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 Sehen unser Prinzenpaar, schaut sie ein Gantt, schaut sie ein Gantt, sehen sie wunderbar. Wir lieben unser Prinzenpaar, wir lieben es so sehr, wir häupern wir nach Singapur und auf ein Schwarze Meer. Ego lang, Ego lang, Ego lang, Ego lang! Ganz herzlich willkommen in der Musikverein Mark Eislingen, mit ihrem Motto die Frösche, schön dass ihr da seid, Ego! Und natürlich kommt dann gleich hinterher die Hallenwanger Gaudi, mit ihrem Präsidenten, mit dem Rudi, Ego! Und Prinzessin haben sie auch dabei, Mareile die Erste und Jonas Fabian. Fabienne, oder? Danke, sauber geschrieben! Mit eurem Schlachtruf, Heidemanger! 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 Fabienne, Ego! 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 Oh, 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 oh. Die Faschingsfreunde Neumünster mit ihrem Motto Die FIFA und das liebe Geld. Hi-ho! Die Faschingsfreunde Wernstein, guck mal, mit ihren tollen Guckmusik. Herzlich willkommen bei uns im Vorgang. Hi-ho! Die Faschingsfreunde Wernstein. 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 Herzlich willkommen, die Dörlaria-Faschingsfreunde aus Dörlauingen. Genau, wir begrüßen euch mit eurem Schlachtruf. Dörlaria! 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 Dörland Neuf Fame! Dörlaria! Dörlargermeister, Dörlargermeister, Dörlargermeister! Geiss K Medicinана! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR